Ey, Alphastein, was machst du hier, Junge? Ich war weg, geh weg von unserer Stöckmüll! Ja, Paul Berger-Hilfsverbot, raus jetzt hier! Ich hab's dir, Mann! Hey! Hey, Leute, Crimex hier, was geht ab? Ich bin Paul Berger, herzlich willkommen zurück zur Minecraft-Youtuber-Insel 2.0. Leute, was geht ab, Freunde? Wir sind hier... Was ist das denn? Hä? Die echte iCrymax-Villa? Hä? Nein, was? Was? Äh, okay, okay, Leute, Real Talk. Ich hab das gerade noch nicht gesehen. Ich hab das gerade noch nicht gesehen. Ich stand hier einfach, wollte euch erzählen, was wir heute so machen hier in Minecraft und dann seh ich das. Was ist das, Leute? Die echte iCrymax-Villa? Warum steht das auf dem Kopf, Leute? Was ist das? Leute, lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Wer hat das hier hingebaut? Ich wollte genau gegenüber von mir mein neues Casino aufbauen. Leute, ich wollte... Das wollte ich euch eigentlich sagen. Ich wollte heute ein Casino bauen, Leute, damit wir wieder Diamanten verdienen können. Was? Wer war das? Warte mal, ist das genau mein Haus nur auf dem Kopf gebaut? Ist das genau mein Haus nur auf dem Kopf gebaut? Äh, okay. Okay, Leute, wer hat das gebaut? Wisst ihr, wer das war? Schreibt's mir in die Kommentare. Leute, wer baut das Haus denn einfach auf dem Kopf? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Warum? Warum macht man das? Ey, Mann, ich wollte hier gegenüber das Casino aufbauen. Oh, ey, Mann, Leute, was soll das denn jetzt hier? Naja, äh, Leute, auf jeden Fall herzlich willkommen zur Minecraft-YouTuber-Insel 2.0. Ich wollte heute ein Casino bauen, eigentlich genau hier drüben. Irgendjemand hat das jetzt hier auf dem Kopf gebaut lassen, Like und ein Abo da. Äh, naja, gut, dann müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Also, wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer das war. Und ja, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall schon einiges besorgt, für dieses Casino heute zu bauen. Wir müssen auf jeden Fall auch mal anfangen, Diamanten zu verdienen. Alle anderen YouTuber machen hier irgendwie ihre Farmen, verkaufen Sachen und, und, und. Ich habe hier schon wieder einige Dinge besorgt, Leute, damit wir heute unser eigenes Casino bauen können. Es wird ein relativ einfaches Casino. Wir werden das auf jeden Fall noch weiter ausbauen, Leute. Es wird erstmal eine kleinere Maschine sein als bei der YouTuber-Insel 1.0. Hier weißen Beton habe ich auch schon besorgt, Leute. Aber ich habe halt einfach noch nicht so viel Materialien und deswegen wird es erstmal eine kleinere Casino-Maschine. Aber es wird trotzdem genauso cool werden. Leute, wer ist denn überhaupt gerade alles online, ey? Es sind richtig viele YouTuber online. Moin, Leute. So, ich schreibe jetzt mal Moin, Leute, in den Chat hier. Alphastein schreibt Zai leise. Moin, Meister. Okay. Naja, Leute, wir könnten ja stattdessen hier vielleicht daneben das Casino bauen. Weil ich wollte das eigentlich schon irgendwie in der Nähe von meiner Villa haben, damit wir das Ganze wieder unterirdisch verbinden können. Das wäre ja eigentlich schon echt eine gute Sache. Dann bauen wir das halt hier einfach neben diesem umgedrehten Haus. Naja, okay. Bauen wir das hier hin, dann können wir ja trotzdem irgendwie unterirdisch so einen Tunnel bauen. Ist vielleicht trotzdem eine gute Idee. Naja, ähm, okay. Warte mal. Wie sollen wir das bauen? Wie sollen wir das bauen, Leute? Äh, zwei, drei, vier, fünf. Sollen wir das einfach mal so fünf Blöcke hoch? So, warte mal. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier so rüber. Zack, zack, zack. Das muss ja auch irgendwie halbwegs vernünftig aussehen. So eine genaue Vorstellung habe ich noch nicht, aber ihr kennt mich, Leute. Ich baue jetzt einfach erstmal wieder drauf los einigermaßen. Wir können da ja irgendwie noch Stockwerke draufschrauben am Ende des Tages, wenn wir das doch noch eine Nummer größer haben wollen. So, zwei, drei, vier, fünf. Boah, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dann die ganzen anderen YouTuber bei uns ins Casino gehen und dass wir da ordentlich Geld verdienen können, würde ich mal behaupten. Aber ich muss auch Real Talk sagen, Leute. Ich bin wieder voll im Minecraft-Fieber drin. Also YouTuber-Insel ist auf jeden Fall wieder voll am Start. Ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde sagen, ich baue jetzt aber erstmal hier das Casino auf und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ach ja, und übrigens, Paul Berger Limo ist jetzt endlich in jedem Netto in Deutschland und auch in manchen Edikas angekommen. Also checkt das Ganze gerne aus. So, Leute, der Rohbau hier steht jetzt schon mal fürs Erste, würde ich behaupten. Ich habe jetzt hier nochmal ordentlich Beton hier befeuchtet, Leute, beziehungsweise hergestellt. Und man muss das ja immer erst so anfeuchten, Leute. Das ist so nervig bei Beton. Man kann auf jeden Fall kein... Bin ich denn jetzt hier reingefallen? Man kann das ja nicht normal an die Decke platzieren, weil das fällt ja sonst immer runter. Man muss da immer erst ein Wassereimer drüber kippen. Aber naja, Leute, okay, also das ist jetzt hier schon mal die grobe Grundstruktur. Ich dachte mir, Leute, wir bauen das mal so auf und im Zweifelsfall, falls wir das Casino erhöhen wollen, können wir da immer so weitere Stockwerke einfach draufsetzen. Vielleicht wird das ja irgendwann so ein Hochhaus werden und dann ist in jeder Ebene vielleicht ein anderes Spiel, was die Leute hier spielen können. Das könnte eigentlich ganz cool werden. So, aber fürs Erste können wir dann jetzt hier einfach mal nämlich schön zack, zack, zack hier das Dach reinziehen. Hier wegen den Fensterscheiben müssen wir mal schauen. Das wäre natürlich ein bisschen zu viel, wenn das hier alles Fenster ist. Ähm, kann man ja mal gucken, dass man hier so die Mitte nimmt. Und dann kann man ja hier an die Seite nochmal ein bisschen so mit schwarzem Beton. Dann hat man hier so schöne Fensterscheiben, Leute. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und zack. So, ja, ja, Leute, das wird doch. Ich merke schon. Ich merke schon, das wird gut. Ich merke schon, das wird gut. Gut, ich würde sagen, ich baue jetzt hier mal noch schnell den Rohbau fertig, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir anfangen, hier die Redstone-Casino-Maschine reinzubauen. Und ich freue mich auch schon so auf die Eröffnung später mit den anderen YouTubern. Wir werden natürlich hier alle zehn YouTuber, die hier gerade online sind, das ist so nice. Hier ist richtig viel los auf der YouTuber-Insel. Übelst viele neue YouTuber sind jetzt da. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Awesome Melina ist da. Lumex ist da, Leute. Ente ist jetzt da. Yami. Also es sind richtig viele neue YouTuber auf die YouTuber-Insel gekommen. Finde ich sehr cool. Schreibt auf jeden Fall auch gerne mal in die Kommentare, welche YouTuber ihr hier auch noch haben wollt. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt hier mal schnell fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Okay, Leute, das Gebäude ist auf jeden Fall jetzt schon mal fertig, kann man sagen. Ich werde es euch jetzt hier mal zeigen. Ist jetzt natürlich noch nicht super krass ausgebaut, dekoriert, eingerichtet und so. Aber das hier ist das grobe Konzept. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Dann habe ich hier extra schon so Unterteilungen eingebaut. Weil hier und hier kommen dann die Spielautomaten hin. Ich habe mir überlegt, wir werden sogar zwei Automaten bauen. Weil wir sind ja jetzt hier auch einige YouTuber auf der YouTube-Insel. Da müssen natürlich auch mehrere Leute gleichzeitig spielen können. Deswegen sind hier so zwei getrennte Kabinen voneinander. Ich finde es eigentlich bis jetzt ganz gut, Leute. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, diese Casino-Maschine zu bauen, Freunde. Da müssen wir jetzt natürlich mal schauen. Äh, da müssen wir jetzt natürlich mal schauen, wie wir das am besten machen, Leute. Wobei, warte mal, wenn ich das hier so ganz weit hinten hinsetze. Wenn ich das hier so weit hinten hinsetze, dann bauen wir da hinten ja raus. Das ist ja auch nicht gut. Ich mache mir mal Gedanken, Leute. Warte mal, wir brauchen am besten mal... Am besten wäre es, wenn wir hier eine Kiste hätten. Mein Inventar ist schon wieder so voll. Ich muss mal gucken, dass ich mir mal eine Kiste hier absneaken kann. So. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. So, das können wir mal hier reinpacken. Oh, nee, 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 nee. Ich brauche eine Kiste. Ich brauche eine Kiste, Freunde. Ich brauche hier eine neue Kiste. Meine Casino-Kiste. Zack. Du kommst jetzt hier mal mit. Und da müssen wir mal das ganze Zeug reinpacken. Ich kann hier schon mal ein paar Sachen hier unten lagern. Guck mal, hier Glasscheiben. Zack. Glasscheiben packen wir da schon mal rein. Seelaternen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Können wir auch schon mal hier reinhauen. So, das ist doch schon mal ganz gut, Leute. Dann sind wir das schon mal losgeworden. So, dann hier. Zack. Hier ist meine Verzauberungskiste. Da kommt Verzauberungszeug rein. Redstone-Zeug kommt hier rein. Entscheide ich jetzt einfach mal. Okay, jetzt ist schon mal ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall. Ey, warum ist hier ein Fisch drin? Hier ist ein Fisch in meinem Aufzug gespawnt. Was soll denn das jetzt? Und ich brauche auf jeden Fall auch noch irgendwo mal so einen Mülleimer. So einen klassischen Lava-Mülleimer. So, das ist auf jeden Fall Müll. Das ist Müll. Das ist Müll. So, dann können wir direkt mal ein bisschen unseren Müll wegwerfen. Okay, und zwar die Casino-Maschine, die wir jetzt bauen. Ich hoffe, wir werden dadurch richtig reich, Leute. Durch die anderen YouTuber, weil die damit immer schön spielen werden. Das ist im Prinzip alles, was man dafür braucht. Also es ist echt eine relativ einfache Maschine. Wir werden, wie gesagt, später natürlich noch was Krasseres bauen. Aber fürs Erste ist das schon mal ganz gut hier. So, okay. Das können wir jetzt hier schon mal mitnehmen. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wir das am besten bauen, damit das hier gut aussieht, Freunde. Hä, wer kommt denn hier gerade? Ey, Altverstein, was machst du hier, Junge? Ey, Crymax, geh weg von unserer Stadt, Müll. Genau, unsere Stadt. Digga, spinnt ihr jetzt komplett, Alter? Bro, warum machst du Paul Berger Hills kaputt? Das war ein Creeper, Junge. Ja, raus hier aus, Paul Berger Hills. Du hast Stadtverbot, Junge. Hör, das ist unsere Stadt. Was für unsere Stadt. Spinnst du jetzt komplett? Hä, ich denke, die gehört in den. Lumex, ich habe gesagt, er will nicht manipulieren. Das ist immer so. Ey, warte mal. Lumex, du bist doch hier neu auf der YouTuber-Insel. Ja, ja, ich bin jetzt hier beim Alpha-Clan. Oh, Gottes Willen, beim Alpha-Clan. Ja, die haben hier voll viele Sachen gegeben. Eisen und so. Das ist übel korrekt. Für Eisen hast du dich kaufen lassen. Hä, nein, die haben ja auch ein Haus und so gegeben. Was denn für ein Haus? Na, also eine Villa haben die mir gegeben. Was für eine Villa? Im Dschungel. Alpha-Clan-Villa. Ach du, oh mein Gott. Also ich sage es mal so. Lumex, Lumex, komm mal kurz mit. Komm mal kurz mit, Lumex. Komm mal kurz mit. Hallo, wir müssen kurz unter vier Augen reden. Lumex, darf nicht mit dir reden. Ja, okay, jetzt spann dich ganz kurz nur. Was? Du willst, also Alpha-Clan darf dir sagen, Alpha-Clan darf dir also sagen, was du darfst und was du nicht darfst, okay? Lumex, das ist gefährlich. Ich wusste ja gar nicht, dass du Alpha-Steins Hund bist, hä? Nein, ey, guck mal, der hat mir, der hat mir über ein Schwert und so gegeben, Mann. Oh. Der hat mir seine Rüste zehnmal, die ist dir überhaupt nichts wert, okay? Lass dich nicht mal... Ey! So. Komm mit, Lumex, komm mal kurz. Ja, okay. Komm mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Eine Minute. Also, ich sag's mal so, Lumex. Ich schieß mich schon wieder an. Also, ich sag's mal so, Lumex, du hast dir leider den absoluten Loser-Clan ausgesucht. Nein, die meinten, denen gehört die ganze Stadt hier und so. Das ist meine Stadt, das ist Paul-Berger-Hills. Steht da oben Paul-Berger oder Alpha-Stein? Ja, die meinten, du hast dich ausgeliehen. Ah, okay. Also, guck mal, ich weiß ja nicht, was du für einen Dschungelbruchhütte bekommen hast, aber hier kriegst du Willen in Paul-Berger-Hills. Ja, aber so eine hab ich auch. Sogar viel größer. So, größer als das hier. Ja, ja, ja. Im Dschungel. Ja, mit cooler Aussicht. Naja, gut. Wir müssen weiter, wir haben noch andere Missionen. Dann macht euer Ding, alles gut, alles gut. Aber ich sag's mal so, Lumex, du bist herzlich eingeladen zu meiner Casino-Eröffnung später. Hey, da gibt's noch! Hey, was soll das? Ich gucke mir das mal, äh... Alpha-Stein, du bist nicht eingeladen. Komm, kein Stress an. Ist mir egal, ob ihr drei gegen eins seid. Ich hau dich weg, Alpha. Ja, komm, wir machen doch jetzt keinen Stress. Pssst. Hey! Raus aus Paul-Berger-Hills! Okay, mir geht's. Ja, tschüss. Du magst immer den zu uns Kassen machen, pass auf. Digger. Kommt der hierher, ich drehe durch. Warte mal, was wollen die denn hier schon wieder machen, Leute? Ich bin hier grad ganz friedlich am Casino bauen. Was macht der denn da? Ach, hei, ja! Ey, was machst du denn hier, Russik? Was machst du denn hier? Ey, Bro, die greifen hier grad Paul-Berger-Hills an. Die greifen dich an, dann ist ja... Ey, was greift dir die Paul-Berger an? So, ihr Paul-Berger-Hills-Verbot, raus jetzt hier! Ja, sehr gut, Russik! Weg mit euch! Weg mit euch! Digger! Ganz schön, weg hier! Pfeiler-Hagel! Als ob dir hier einfach angreifen magst. Ja, Bro, ich weiß auch nicht, ich bin hier grad... Hast du ne Ender-Chess hier? Nee, hab leider keine hier. Bin hier grad friedlich am bauen, hä? Ey, Jungs, was macht ihr denn hier? Wir suchen gerade Alphastein, habt die... Ja, Bro, der ist vor einer Minute hier entlang gerannt. Da vorne, die haben grad Paul-Berger-Hills angegriffen, ey. Hä, warum machen die das? Ja, Bro, weiß ich auch nicht. Alter, ey, Leute, ich dreh hier noch durch. Ich will hier nur friedlich Casino bauen, auf einmal höre ich die Bummis hier, machen die halbe Stadt kaputt. Naja, gut, Leute, auf jeden Fall, ich baue jetzt hier mal die Casino-Maschine, so sieht das Ganze jetzt aus. Hier sind die zwei Kabinen, das wird auf jeden Fall richtig krass werden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Casino-Maschine fertig ist. Und dann können wir nämlich alle YouTuber hier einladen. Alpha-Klang greift Paul-Berger-Hills an, Leute. Ja, Bro, bis Finski das schreibt, ja, weiß ich. Bis der das schreibt, weiß ich das auch. Na gut, Leute, ich baue jetzt hier mal schnell. Also ihr merkt schon, hier ist auf jeden Fall ordentlich was los im Paul-Berger-Hills. Ey, Armin, was machst du denn hier? Ja, ich hab nur gelesen, die werden angegriffen. Ja, die haben hier grad Faxen gemacht. Was haben die gemacht? Bro, die sind hier grad mit drei Leuten gekommen und dachten, die können hier Faxen machen. Lumex ist jetzt beim Alpha-Clan. Ey, ich hab nur gelesen, dass du angegriffen wirst und hab mich direkt auf den Weg zu dir gemacht. Ey, das ist sehr, sehr, sehr ehrenwert von dir. Russik kam auch zur Hilfe. Alles gut. Hey, hier auch. Yo, Alter, wife, was machst du denn jetzt hier? Ja, Bro, wir haben ein Bündnis, ja. Ja, das ist korrekt. Das ist wirklich korrekt, Jungs. Aber ich hab die schon in die Flucht geschlagen. Die sind schon abgehauen. Nix mehr, wenn du angegriffen wirst. Was ist das denn? Boah. Trank der Stärke 2. Oh mein Gott. Sollen wir uns hier verstecken und du lockst sie wieder hier hin? Das wäre eigentlich auch schon wieder... Weißt du was, Bro? Wie wir das machen? Ich baue hier gerade mein Casino noch fertig. Ich hätte mal so 20 Minuten oder so brauche ich noch. Dann wollte ich eh eine Eröffnung machen. Die werden safe auch kommen zur Eröffnung. Und dann können wir denen ja einen Hinterhalt darstellen. Also ich bin da. Ja, wie ihr Bock habt. Weil wenn, wo es Dias gibt, wird Alpha-Stein sowieso wieder sein, weil er was erbeuten will. Sag irgendwie, heute gibt es einen Grand-Preis von 50 Dias. Ja, ja. Dann locke ich den hier her. Ich bin am Alpha-Tower. Sollen wir mal kurz hallo sagen? Ja, lass nur mal vorweigehen. Okay, hau rein, Max. Jo, bis später. Jo, kuss, 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 Jungs. Also Leute, Wife und Amir, auch Ehrenmänner, wollten ihr direkt schon helfen. Guck mal, hier habe ich jetzt zugemacht die Wand. Da kommt keine Glasscheibe hin, weil da natürlich jetzt der Redstone-Teil hier sein wird. Aber gut, Leute. Ich versuche das jetzt mal entspannt zu bauen und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Äh, Finski, was machst du denn hier? Was hat denn hier der Alpha-Clan gerade gemacht? Ich habe die heimlich belauscht. Ach, du hast die belauscht. Okay, das ist interessant. Was haben die denn erzählt? Also ich stand da nur kurz, dann bin ich zu Blackjack gefahren. Ah, okay, okay. Ja, die haben hier gerade angegriffen, aber alles gut. Hat schon erledigt. Alter, wir sind ja alle übel pünktlich verstanden. Ja, ihr seid alle direkt hier reingeruscht. Richtig krass. Digga, wie pünktlich. Ich wusste ja nicht mal, dass die hier sind. Bro, bro. Der Alpha-Clan ist so ehrenlos. Ich bin gerade auf die Insel gekommen. Dann hat mir Amir ein paar Sachen gegeben, die ich bin losgefahren. Ja. Ich habe selber einen. Ich habe selber einen. Oha. Ich habe meinen Luke gerade in der Kiste. Ja, ist korrekt, Finski. Dann bin ich zur Candy City gefahren. Dann war der komplette Alpha-Clan. Boah. Ja, Lumex gehört jetzt zum Alpha-Clan. Was? Ja. Naja. Ey, Leute, ich mache hier in ca. 15 Minuten meine Casino-Eröffnung. Ihr seid natürlich eingeladen. Ihr könnt gleich kommen. Ja, ich muss hier mal kurz weiterbauen. Okay, dann bauen wir weiter. Okay. Ey, Max, wir sehen die ganzen Grundstücke schon. Also hier die Häuser. Ist noch nicht vergeben. Willst du ein Grundstück hier haben? Ja, klar. Okay, super. Perfekt. Also, wer das hier gebaut hat, mein Haus umgedreht, weiß ich nicht. Als Paulberger Ritter muss man dem Paulberger Hilf leben. Du kriegst natürlich ein Grundstück. Also, ich würde dir sagen, am besten bau, sage ich dir ehrlich, bau am besten hier. Hier ist noch richtig schön viel Platz und so, weißt du? Okay. Ja, okay. Ich mache jetzt noch nicht direkt. Also, ich müsste erst mal die Sachen fahren und so dafür. Genau. Aber dann kannst du hier bauen. Ja, okay, cool. Okay. Das ist jetzt das Casino und das ist dein Haus hier? Das ist mein Haus da, das da und das ist das Casino. Und das Haus gegenüber ist von wem? Das weiß ich nicht. Irgendjemand hat hier einen Scherz erlaubt und hat mein Haus auf dem Kopf gebaut. Und ich weiß nicht, wer das war. Ach, lol. Ja, das ist genau das umgedreht, gespiegelt. Oh, mein Gott. Richtig krass eigentlich, ne? Also, irgendjemand will mich hier mies pranken, aber ich weiß noch nicht, wer es war. Alter, ganzes krank. Ja, ja. Ganzes krank. Na gut, ich baue mal weiter, ja? Bis gleich. Ja, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Schreibt dann in den Chat. Ja, ich schreibe in den Chat. Ey, Leute, so, okay. Ich hoffe, wir können jetzt mal entspannt hier weitermachen. Ey, ich werde hier wirklich die ganze Zeit unterbrochen. Ihr seht, ich bin hier nämlich gerade schon am weitermachen. Aber ich glaube, wir sind auch gleich fertig. Okay, Leute. Wir sind jetzt soweit fertig mit dem Konstrukt. So sieht das Ganze aus. Also, an sich relativ simpel noch für so eine Redstone-Sachen. Ich werde das jetzt hier noch einmal schön zumachen, damit das vernünftig aussieht. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie das Ding funktioniert. Da wartet schon der Erste hier vor der Tür, Leute. Unsere ersten Kunden warten schon vor der Eröffnung aufs Casino, Leute. So, zack, zack, zack. Wir brauchen hier noch einmal schön ein bisschen Beton. Warte mal, ich muss den hier gerade mal ganz kurz vertrösten. Yo, Finski, geht gleich los. Okay. So, perfekt, Leute. Zack, 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 zack. Okay, das sollte doch reichen, Leute. Einfach nur, damit wir das so schön ein bisschen zumachen können. Also, natürlich wird das Casino an sich noch schöner eingerichtet. Ist ja jetzt gerade mal fürs Erste, damit das dann gut aussieht. Und das sollte so eigentlich funktionieren. Zack, Leute. Guck mal, wie gut das aussieht. Wie gut das einfach aussieht, Leute. Ich müsste hier eigentlich noch so ein Schild dran machen. Boah, und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert, Leute. Und zwar, Leute, das funktioniert jetzt hier folgendermaßen. Und zwar, wenn man jetzt hier einen Diamanten reinlegt, beziehungsweise ich zeige euch erstmal, was passiert, wenn man keinen reinlegt. Dann passiert nämlich nichts, Leute. Wenn man einen reinlegt, dann... Habt ihr es gehört? Oh, jetzt haben wir wohl nicht gewonnen, Leute. Dann ist der Diamant weg. Ey, schon wieder verloren. Komm jetzt. Jetzt müssen wir aber mal gewinnen. Ja, oh mein Gott. Dann haben wir nämlich jetzt zwei Diamanten gewonnen, Leute. So. Ey, die warten ja schon davor. So, ihr wollt also jetzt hier die Diamanten... Ihr wollt also ins Casino. Okay. Ich schreibe noch einmal in den Chat. Casino Eröffnung jetzt. Ihr seid die ersten Kunden. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt einmal reinkommen. So. Wisst ihr was? Ich habe sogar noch zwei Diamanten im Inventar. Und deswegen, ich verteile zwei Freispiele. Bitte, ich habe keine dabei. Ich habe gar keine. Ich habe auch keine dabei. Junge, du hast eine Diamanten russet. Ich habe gar nichts. Okay, wartet. Wartet kurz, Leute. So, ich schenke euch allen ein Freispiel. Ich schenke euch allen ein Freispiel, Leute. Ich werde euch einmal noch ganz kurz erklären, wie die Maschine funktioniert. Hier erstmal ein Diamant für euch alle. So, zack. Ja, du musst... Finst, du musst Lumex einmal geben, genau. Okay, und zwar, ihr legt gleich hier in den Dropper einen Diamanten rein. Und dann drückt ihr auf den Knopf. Und entweder, dann ist eine 50-50 Chance. Entweder, ihr bekommt zwei raus, oder der Diamant ist weg. Lumex, du weißt, wir sind Team, ne? Wir teilen uns die Hälfte. Also, wir haben zwei erst als uns eigentlich. Oh, mein Gott. Ich bin gespannt, Leute. Dann probiert mal. Alphaglass, fang du an. Fang du an. Lumex, komm. Jetzt macht. Let's go, Alphaglass. Wir schaffen es. Komm schon. Und dein Geld ist weg. Wie? Ja, da war kein Gewinn. Wo ist mein Gewinn, Junge? Ja, da kommt... Ja, komm, lass mich ran. Jetzt Lumex ist dran. Okay. Okay, komm. Reinlegen... Mein Alpha-Clan! Mein Alpha-Clan! Auch verloren! LOL! Ja, was soll das denn? Das ist eine 50-50 Chance. Finski, Finski jetzt. Was war das denn? Das Casino ist manipuliert hier. Geht gar nicht. Hallo? Warum regt ihr euch auf? Das waren doch eh Freispiele. Geht gar nicht. Doch. Wo soll denn das rauskommen eigentlich? Ich schwöre, das geht. Ich schwöre, das geht. Wo soll das rauskommen? Das kommt aus dem Boden raus. Mach mal vor. Geht nicht. Hier unten ist der Spender. Seht ihr? Ich hab's in dir, Mann! Hey! Ich hab's in dir, Mann! Lass hier, lass hier! Hey, bitte wieder! Lubex, komm wieder! Lubex! Okay, okay, okay! Gebrüche dich! Hey! Hey, du hast nur zwei! Hey, wir sind die an, ne? Wo sind... Hey, die haben mein Casino ausgeraubt! Hey, ich hab die jetzt! Hier und hinter! Schnell hinterher, hinterher! Oh, ey, Mann! Mit so Leuten kann man echt kein Casino eröffnen! Ja, ey, quittet das Spiel! Hast du auch was, Finski? Ey, ich hab die von Alperstein. Hier, guck mal. Ja, boah, gib mal direkt her. Ich wusste, es passiert irgendwas. Ja, das war wieder so klar, Junge. Der kann echt nicht normal spielen. Boah, aufpassen, aufpassen, aufpassen! Geh weg, Lu! Bro, ey, und dann lockt man... Wenn man dann kassiert, lockt man sich aus, ey. Junge, ey. Alphaklan sind wirklich solche Bummis, ey. Lass den schnappen, lass den direkt schnappen. Er lockt wieder aus! Ey, Bro. Warte mal, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Ich hab Lava, ich hab Lava dabei, ich hab Lava dabei. Komm, wir machen Spawnfall, ey. Wo war das? Hier, 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 hier. Warte, 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 warte. Hier war das, oder? Ja. Warte mal, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, Finski. Geh mal weg, geh mal weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt, wenn er sich nochmal einloggt, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Ja, gut, gut. So, schönes... Okay, lass um die... Leute, lass um die Ecke gehen. Lass um die Ecke gehen. Hier liegt noch die Infinity-Chess von... Ah, Lumex, sein Loot da hinten. Gucken wir mal, ob der nicht wirklich noch ein Padillas hat. Schauen wir mal. Na, okay, der hat wirklich alle... Man muss sagen, Lumex hat wirklich alle hergegeben, das stimmt. Ey, also wirklich jetzt Alpha-Clan, jetzt offiziell Paul Berger-Hills-Verbot. Jetzt offiziell Paul Berger-Hills-Verbot. Wäre sich ideal... Oh, nein! Ja! Ja! Ey, er lockt's direkt wieder aus, also wirklich, Digg. Dann baut das Buchstein ab und dann place er da... Sein Wasser ist weg, sein Wasser ist weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist das hier? Ah, das Blick ist weg. So, der war genau hier. So, der kriegt direkt wieder... Hallo. Der hat sich genau hier ausgelockt. Ja. Ja, 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 Max. Geh raus, geh raus, Max. Ja, warte. Geh raus. Geh raus. Lass uns noch ein bisschen tiefer machen. Das war genau... Er war genau hier auf der Stelle. Ja, ich weiß. So, jetzt. Ein kleiner, ehrenloser Verlierer. Nein, Blackjack nicht weiter runter. Nicht weiter. Wir müssen das doch verteilen. Das muss man sich auch verteilen. Ja, mach mal zu, mach nochmal zu, das Loch da. Mach zu wieder. Oh mein Gott. Jetzt ihn packen, weil er kriegt ein richtig schönes Spawnfall jetzt erst mal. Okay, raus da. Ja, warte. Sehr stark. Achtung, Achtung. Warte mal. Ich mach weg. Nein, nein, ich brauch noch einen Block. Jetzt, jetzt kannst du weg, Mann. Habt ihr hier noch einen Stein, dass wir hier noch einen zu machen? So. So, Alpha Stein. Viel Spaß, wenn du dich wieder in Minecraft einloggst. Ich warte hier auf den. Ey, Leute, wollt ihr in der Zeit mal mein neues Casino testen, wo wir auf ihn warten? So, dann kommt mal her. Ja, perfekt, perfekt. Also prinzipiell, das Spiel ist komplett einfach. Kommt mal alle rein. Wo ist Amir? Also, Blackjack, das Spiel ist komplett einfach. Und zwar, das ist quasi einfach eine 50-50-Chance. Du kannst dein Geld verdoppeln oder verlierst es eben. Und ich hab's verloren. Okay. So. Hier oben rein? Genau, du legst einen rein und drückst auf den Knopf. Okay. Ja. Und? Ey, du hast gewonnen. Zwei hast du jetzt. Strong. Sehr, sehr strong. Stark. Du kannst, also ich wird immer nur einer gespielt. Du kannst natürlich mehr reinlegen, musst dann immer wieder auf den Knopf drücken. Okay, komm, dann machen wir jetzt mal vier Stück rein. Genau. Oh, und dein Geld ist weg. Oh nein, wieder Minus. Hä? Dreimal verloren. Blackjack hat Pech. Yay. Ja, ist 50-50. Kann natürlich auch mal mehrmals hintereinander nicht so gut laufen. Ja. Und? Ja, das war nix. Aber ist nice. Okay, Leute. Unser Casino läuft. Das ist schon mal gut. Wenn du dein Geld verbraten willst. Ey, das ist 50-50-Shores, Junge. Ja, aber ich war schon. Finski. Außerdem, Finski. Finski, du bist eh zu jung. Du hast Verbot. Du darfst da gar nicht rein. Ich hab aber schon gespielt. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt Verbot. So, was ist jetzt mit Alpha? Der hat jetzt Angst, hier sich wieder einzuloggen, ne? Ja. Ja, das dachte ich mir doch. Ja, Alpha hat hier Combat-Logging gemacht, ne? Ja, ja, selbst schuld. Selbst schuld, Alpha-Stein. Naja. Der wird sich auf jeden Fall freuen, wenn er sich wieder einloggt. Das ist schon mal gut. Wir werden hier mal noch die Straßenschäden wieder reparieren. Oh, Leute. Wir haben so eine krasse Sportfalle für den gebaut. Ey, wenn er reinkommt, wir schießen direkt drauf, okay? Ja, okay, 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 okay. Ey, Leute. Casino-Eröffnung und Alpha-Stein jetzt hier packen. Da ist er. Da ist er. Drauf, 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 drauf. Drauf, drauf. Ja. Let's go. Das hast du davon, weil du mein Casino ausrauben wolltest, Junge. Oh, mein Gott. Sehr stark. Der hat genug kassiert für heute, würde ich sagen. Na gut, Amir. Ich bin mal raus, ja? Ich wünsche dir was. Macht keine Sorge. Ja, so, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir haben unser Casino gebaut und haben uns noch Alpha-Stein gepackt, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, baut rein, Leute. Euer Crymax. Ich bin mal lei gekommen. That war das Host. Ich bin mal lei. Ich bin mal lei. Ich bin bis dahin.